Schönen guten Tag, wie geht es? Was ist denn der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten? Zwischen Schiiten und Sunniten? Oh, das ist eigentlich ein langes Thema. Aber im Allgemeinen geht es um einen Vers im Koran, um wer der Nachfolger des Propheten danach ist. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Warum kämpfen die gegeneinander in Syrien? Ach ja, Sie kennen das ja. Der blutigste Religionskrieg war der 30-jährige Krieg zwischen Protestanten und Katholiken. Nein, kein Fortschritt. Wie bitte? Kein Fortschritt. Genau, kein Fortschritt. Deswegen müssen wir Fortschritt erreichen. Frau Ring. Genau, deswegen müssen wir Fortschritt erreichen. Aber warum gab es denn den 30-jährigen Krieg? Das war eine Glaubensauseinandersetzung. Genau, und wie konnte man davon wegkommen? Ja, indem man sich irgendwann mal vereinigt hat. Genau, und so muss das auch hier sein. Wann ist das dann? So muss das auch hier sein. Aber warum gab es zur Zeit des 30-jährigen Kriegs keinen 30-jährigen Krieg zwischen Schiiten und Sunniten? Das ist ja jetzt bald 30 Jahre. Bald 30 Jahre? Das hat 2011 angefangen. Also 30 Jahre sind noch ein bisschen viel hin. Aber warum gab es zur Zeit vom 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 keinen 30-jährigen Krieg zwischen den Sunniten und Schiiten? Sehen Sie, das hat alles mit geopolitischen Problemen zu tun, die nachher entstanden sind. Weil sonst hätte es ja, wenn es um einen Fortschritt alleine gehen würde, hätte es auch damals einen Krieg gegeben. Sehen Sie, in 20 Jahren wird das schon lange geregelt sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Was ihr eben gemerkt habt, was ihr eben gemerkt habt bei diesem kleinen Gespräch, das sind Leute, die wollen einfach nur streiten. Die wollten den Unterschied. Und dann, und dann, erzählte ich, ja, wegen dem Fortschritt, Fortschritt. Okay, zur Zeit, als es die großen Kriege zwischen den Christen gab, warum gab es die nicht unter den Muslimen? 7,5 Millionen Tote im 30-jährigen Krieg. Deswegen, Leute, man muss nicht auf alles antworten. Assalamu alaikum. Okay, Bruder. Assalamu alaikum.